Hallo in YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Tech It und ähm, 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 äh, ja. Ist es schlimm eigentlich? Wenn man, mir ist gerade aufgefallen, wenn man ähm sagt, bei mir ist, jetzt gerade zumindest was so, äh, dass dann wirklich, dass nicht gerade die Denkleistung fördert, sagen wir mal so. Also ich hab, gerade einfach, weil ich dieses, äh, Geräusch gemacht habe, von, von diesem, lass mich mal überlegen, mir ist es gerade entfallen, ist mir das wirklich fast entfallen, was ich sagen wollte. Aber eigentlich wollte ich nur sagen, äh, ich hab hier ein bisschen was umgestellt, nämlich, ganz fatal, oh mein Gott, oh mein Gott, hier hab ich noch, äh, 98er Empfänger. Einfach damit das von der Geschwindigkeit der Pumpen dann ungefähr gleich hinpasst. Die sind jetzt nicht so gleich gestartet worden alle, daher ist es, ähm, aber einfach halt, dass, weil es eben jetzt war, dass hier dann die ganzen, oh shit. Neee, äh, äh. No, was machst du für'n Scheiß? Dass hier dann die ganze Zeit eben die Coolanzels rausfielen. Nicht, weil ich es wie jetzt gerade abgeschlagen habe, sondern versehentlich, sondern weil hier bei diesem eben, also das sind alle rausgeflogen, weil eben das immer durchgepumpt hat. Das war ja dauernd angeschaltet mit dem Schalter, der hier war. Ich traue mich schon gar nicht mehr links zu klicken, dann werde ich alles noch abbauen. Ja, und diese waren dann eben immer nur eingeschaltet, wenn ich aufgenommen habe und die war halt schon gespeichert, dass die schon auf gelb war. Komischerweise gibt es hier kein Rot mehr, das kommt mir ein bisschen komisch vor, aber ist egal. Wahrscheinlich blinkt das so schnell, dass man gar nichts mehr sieht, dass es Rot wird. Aber gut, sonst habe ich nichts großartig gemacht. Ich habe halt draußen, bzw. draußen meine ich oben, habe ich noch hier so ein bisschen ausgebessert, was die Endermen so gemacht haben. Also hier, hier und vorne, weil da, weil da ja, ich glaube hier, hier ist ein Kloster und da hat der Endermen eben dieses Dirt weggenommen. Dieses Dirt. Des Weiteren habe ich unten noch Köln-Cells nachgefüllt, ein bisschen Uranium-Cells. Ach, war sowas wieder der falsche Brätel. Ja, Uranium-Cells nachgefüllt, Köln-Cells habe ich noch da unten in die Richtung nachgefüllt. Und sonst eigentlich nichts. Wir haben nochmal spaßhalber einfach so für mich, weil es mir gerade gepasst hat. Rübergeschaut zum Query und als ich wieder hier war, habe ich gesehen, dass der jetzt schon unten bei Eisen ist und so. Daher ist nicht schlecht, ne? Also so ein Query nimmt schon eine ganze Menge Arbeit ab, das ist schon ganz praktisch. Aber irgendwie hatte ich da in Erinnerung, dass hier, äh, ne, so ein bisschen, oh. Dass man hier, keine Ahnung, 10 Millionen Speicher hatte, wie bei der MFSU. Und da ist jetzt so ein bisschen, ja. Ich bin jetzt verrückt, dass jetzt zumindest alles funktioniert, wie es jetzt aussieht. Ach ja, und das, äh, ich, ach ne, das mache ich ein anderes Mal. Wir haben ja jetzt eigentlich vorerst genug Energie mit denen da, also mit denen kommen wir eigentlich aus. Solange da nicht irgendwas explodiert ist. Ähm, solange die Kabel von da noch intakt sind, kann man eigentlich mit denen allein schon aus. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, also der Queritor läuft natürlich nicht mehr, weil da ist nicht an dieses Netz angeschlossen. Und, ähm, ich bräuchte bitte kurz, kurz, diese. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Danke. Ah, na, glaube ich fünf. Ich weiß, ist gerade nicht sicher, aber ich denke mal, es waren fünf, ja. Warte mal. Ach, so ist das. Was ist so? Und so? Snowball? Ja, eben das, was ich mache. Mycelium. Äh, ich bräuchte bitte dann noch zwei Redstone. Ne, ich brauche mehr Redstone. Ich nehme einfach mal alles auf diesen einen. Denke fällt mir gerade mal auf, wir haben so fast gar keinen Redstone mehr, so irgendwie. Ne? Lalalalalalalalalala. So, hier, danke. Jetzt wieder ein bisschen. Ganz ein bisschen was. Ganz, ganz ein bisschen was. Ne, ist ja, ist ja, ist ja, ganz ein bisschen was. So, äh, dann, äh, nehmen wir einfach mal einen halben Snack mit. Wird schon reichen, ungefähr. Ich möchte zuerst mal wieder ein paar Circuits machen, weil die gehen wir schon, die gehen wir schon ein bisschen zu Neige. Oh, Kabel, zu nebenbei auch. He, 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 he. Ja, da war ja was, ne? Ja, da doch, hier noch, genau, danke. Können wir das auch gleich mitnehmen und das außerdem. Exeteraktor. Nehmen wir jetzt keine Eile, also von daher. Muss einfach mal so. Zack. Und, gut ist es. Schmeckt gut, ja. Äh, blablabla. Zack, 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 zack. Und dann brauchen wir noch ein bisschen hier vorne. 15, 16. Perfekt, geht sich perfekt aus. Äh, dann hier rein, hier rein, äh, hier rein. Dann brauchen wir zwei hiervon. Und, äh, zwei, vier, sechs hiervon. Ja, machen wir halt einfach ein paar. Und dann noch zwei hiervon. Gehen wir mal ein bisschen hier klopfen. Ich, ich, ich glaube, aus Faulheit könnte ich mir fast schon ein Turtle-Programm schreiben, dass mir das mit den Redstone hier abnimmt. Aber das mache ich nicht mehr, das wäre ein bisschen, wäre doch langweilig, ne? Rest und Klopfen ist cool. Wer das nicht mag, der ist, äh, ein Loser. Irgendwie hat das, äh, das Ende vom Lied hat irgendwie gerade total gepasst. Ich weiß nicht, was ich noch zeigen wollte. So, machen wir mal das hier und das hier und den hier und... Ne, ich habe gerade an einen anderen Ring gedacht, aber ist ja auch gut. Äh, 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 hier, was ganz praktisch ist. Ups, so. Zack, zack. Also. Ne, hä? Wieso kann ich die nicht so reinverschieben? Schade Ist ein bisschen blöd, aber es lädt eben dann alle auf Und es ist irgendwie gerade ein bisschen langsam, aber Okay Ich sehe es dem Teil nach Also man kann quasi sagen, wenn man den Quantum Street hier auflädt Wenn der Blitz wieder voll ist Dann ist es bereit zum rausnehmen Nö, ist ja Oh, sowas glaube ich Und dann so, genau Und dann lenken wir das wieder an Yay Und dann haben wir glaube ich alles Jo, ich würde mal sagen Zack, zack Zack, zack Zack, zack, zack Für einen Advanced Circuit Was wird wohl rauskommen? Ich weiß es nicht Dieses Teil Äh 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 Brechert Dann Desertification Alles Wasser wird ausgelöscht Ist klar Irrigation Wasser her Also Also ich glaube das wird Ich glaube das Wasserlevel wird auf entweder eins unter Den Terraformer angehoben Oder auf genau den Terraformer level Das weiß ich noch nicht genau Noch nicht ausprobiert Chilling Chilling ist eben Äh Wird kalt Ne Und äh Flatification Wird abgeflacht Und Mushroom Wird äh Mushroom Gebiet Und ich habe mich gerade vertan Weil wir brauchen nämlich zwei hiervon Hohoho Das kann man nämlich für nichts verwenden, oder? Ne, das kann man wieder zurück Das kann man wieder zurück Oh, cool Ja, ich werde mir trotzdem mal zwei machen Wir haben Maisilium Hohohoho Also Ist falsch Denn hier Ist auch kein Platz Nicht jetzt Äh Was haben wir denn Ach, wir haben genau vier Das ist ja nett Tja Ähm Einen Button haben wir drin, das brauchen wir nicht Wie Gangster Wie Gangster Machen wir mal einen Stack Ist er Ne Wieder rauf hier Zeit bei vier Und wir können uns ein Mushroom Gebiet machen Äh Gut, ich bin noch nicht über der Zeit Und das Handy ist auch stumm geschalten Das ist gut Gar nicht mal so vergesslich heute Boah Ne, ne Das Handy ist ja immer stumm geschalten Äh Nur komischerweise Was mich ja auch immer so Teilweise nervt Wenn man daran denkt Das Handy zum Beispiel stumm zu schalten Ruft keiner an Aber wenn das Handy dann Das eine Mal wieder nicht stumm geschalten ist Na dann klingelt es wieder in einer Tür durch Ist irgendwie immer so, ne? Schlimm eigentlich Schlimm, schlimm, schlimm Schlimm Nein So, äh Ja gut, richtig Ich hab gedacht gerade Dass ich die Kettensäge in der Hand hatte Aber das war wohl nicht so, äh Akkurat Wahrgenommen So, gut Dann Da, da, da Ne Nochmal Ey Ja, was soll man sagen Es ist ausgeklügelt und ausgefeilt Meine Strategie hier und alles, das ist ein Wahnsinn. So. 1, 2, 3, 4. Äh. Äh. Äh, ich glaube ja fast. Ich schaue jetzt einfach mal nicht nach, ne? Weil ich ja unbedingt die Folge in die Länge ziehen will. Also. Habe ja immer Dreck mit. Nein, das ist es nicht. Okay. Ah, okay. Und Advanced Machine Block. Oh, ich habe keine Ding mehr. Okay, okay. Noch zwei hier fahren. Achso, ne, habe ich doch. Okay. Da habe ich mich verschaut. Achso. Ich gehe halt hier rüber. Hier rüber. Und dann können wir gleich mal ein bisschen terraforming gehen. noch. Oh, 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 oh. Ja, äh, so. Wir werden es bald nun auch wieder die Folge beenden, natürlich. Immer dann, wenn es spannend wird. Oh, 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 oh. So, Engine Generator. Hammer hier, äh, nicht den mal brauchen. Ah, okay. Okay. MV, MV, Redbox. MV, äh, wir zu nennen. HV. Nee. HV, den brauchen wir für Engine Generator. HV. Bastion Engine. Okay. Diamanten. Dann können wir uns ja eigentlich auch noch gleich einen zweiten Query machen, oder? Obwohl wir den derzeit nicht brauchen. Ah, ich lasse ihn einfach. Ist egal. Ja, 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 ja. Äh, öh, öh, äh, hessen. Warte mal, ich glaube, man braucht, äh, zwei hiervon nur, ne? Ja, zwei. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. Hiervon braucht man dann 28. Nein. Und der Rest geht zu. Ah, egal. So, zack, äh, 1, 2, 3, 4. Ach ne, ich mach ja kein Query. Was red ich denn da? Ich hab mir gerade irgendwie das mit dem Query so in den Kopf gesetzt. Ich hatte, ich hatte auch schon das bildigste Query im Augen, also von, äh, im Kopf, im Auge. hab ich mir, äh, eindrucken lassen, mit dem Stempel. Äh, so richtig reinhämmern. Ja, ich hatte, ich meine, ich hatte schon das Bild von dem Rezept im Kopf. Achso, und ich brauch jetzt noch, äh, Diamantos. Danke sehr. Dann, achso. Zack, und den HV-Ton haben wir natürlich nicht, ist ja klar. Hey. Ach ja, können wir auch mal machen. Das Rezept hatte ich im Kopf. Und anscheinend sogar richtig. Ich will, Feinary, ich wollte, Hathor, genau. Hathor, ah, genau, Compassion, so noch. Dazu brauchen wir, äh, achso, Eigengears haben wir, glaub ich, eh noch. Oder? Hammer, ja, Hammer. Zwei hier so. Ich denke irgendwie immer nur im letzten Moment dran, wenn es meistens eh schon vorbei ist, dass man hier noch eigentlich Gears drin hätten und alles. Und, äh, ich komme gerade mal drauf. Eigentlich könnten wir ja mal wieder, ne? Wir könnten mal wieder. Wir könnten mal wieder, wir könnten mal wieder, wir könnten mal wieder. Wir könnten mal wieder. Hier so, ein bisschen was reinpacken. Zack. Und es geht weiter. Weiter. Dann können wir auch schon wieder raufgehen, weil wir in letzter Zeit, ups, wir müssen ja nur eins drauf. Weil wir in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Schienen brauchen. So, Compassion, oder? Gut, gut, machen wir die mal. So, drei. Äh, Piston Hammer, Piston Hammer. Ach, da haben wir sogar ein paar. Noch ein bisschen Glas. Und, das können wir in dem hier machen. Zack, 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 und, zack, zack. mit Combustion Engine. Ah, ne, hier. So, äh, MV Transformer. Dann brauchen wir noch zwei HV Kabel. Einen, der hiervon. Einen hiervon. Und, äh, acht hiervon. Dann haben wir einen MV Transformer. Jetzt ist auch, ups, damit können wir nämlich noch nichts machen. Erst wenn wir das hier fertig haben. So, dann, ich glaube, das war so rum, ne? Äh, zack, zack. Genau. Perfekt. Und die Compustion Engine. Dann haben wir, haben wir einen Engine Link hier. Link, wo bist du? Zelda wartet auf dich? Äh, ne, 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 so, da habe ich ja, glaube ich, alle mit. Wir brauchten einmal dieses hier. Und in der Restreise sind wir nicht mehr. Und in der Restreise sind wir nicht mehr. Energy Link, äh, zwei Goldgears, ein Kabel, zwei Advanced LR, okay. drei waren es, drei waren es, ne, Und hier haben wir eh noch drei. Ich, ich habe sogar dran gedacht. Oh mein Gott. Ein Wunder. so, zack. Ja, hier. So. Warum habe ich hier drei mitgenommen? Ich weiß es nicht. Mach schon wieder Schwachsinn. Das ist, äh, schrecklich. Schrecklich ist das. Ich sag's euch. So, äh, zwei, können wir dann für 200 packen. Ach. So, wo machen wir denn das? Ach, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Äh, gut, dann, äh, würde ich sagen, Oh, putzi, putzi, putzi. Oh. Ah, ich konnte letztens da mal, äh, als eben diese, als ich mich so aufregen musste, dass es eben nicht mehr geht, auf einmal mit ihm, dass auf einmal Frame Drops sind und Computer und Spiel und Server neu starten, die es geholfen hat, konnte ich einmal dann durch die Scherbe, äh, nicht durch die Scherbe, durchs Glas, äh, durch angreifen. Und da waren drei Spinnen in einer. Ja, da war ein Teil irgendwie irgendwas falsch. Aber auf jeden Fall, geht hier noch alles gut, wie es aussieht. Oh. Ist das schön. Schauen wir noch mal kurz nach, aber auch wirklich genug Zühlungskellen noch da sind. Es ist immer wichtig, dass genug Zühlungskellen da sind. Hier sehen wir immer leer, kommt mir vor, aber ist egal. Ist ja egal. Packen wir hier noch ein bisschen was rein, oder? Würde ich sagen. Oh. Er sagt auch, hey. Ja gut. Haben wir das auch. Und dann läuft auch wieder, also immer noch alles richtig. Der neue Entzug und die 100 halt nicht, weil die brauchen wir jetzt nicht, ne? Ist gut, ist gut, ist gut. Gut, gut, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt hier diese Folge. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich es genau mache, ob ich, äh, jetzt mal nachscheue, wo ich denn genau Terra, 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 Terraformen anfange. Oder ob wir das einfach in der Folge machen. Mal sehen. Und was mal, in welcher Reihenfolge wir genau jetzt irgendwie was machen. Das weiß ich auch noch nicht, aber lassen wir es einfach auf uns zukommen. Chill, chill, man. Ja, gut, und, äh, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Meine Zunge ist irgendwie, kommt mir ein bisschen langsam gerade vor. Muss ich ein bisschen Zungenübungen machen. Und, äh, ja, bis dahin.